So, da bin ich jetzt schon drüben. Okay. Warte, dann kannst du mich mal porten. Ja, gleich. Ähm, ein Stückchen muss ich doch noch laufen. Okay. Ich bin jetzt mal einen anderen Weg gegangen. Ah, hier ist ein Höhleneingang, eine Schlucht. Ja. Ja, und ich glaube, warte mal, ist es hier Granit? Gibt es da Granit? Ne, ich muss mal grad mal gucken. Das, das, das Gestein, auf jeden Fall noch die Originaltextur. Wo das ist nun? Giorit ist das. Ja, da haben wir doch direkt welches. Ja, geil. Aber das muss ich nicht mehr so gut gehen. Na, also ich portet dich jetzt zu mir. TP. Sir to the textmark. Super. Dann geht du zuerst. Ich geh zuerst. Ne? So, ach, hier liegt noch Zeug. Ah, nur Schrott. Ne, 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 ne Lederhose liegt da noch rum und alles. Deswegen wollte ich dich vorschicken. Hä, und da schickten, äh, Spind'n Zombie-Pigman gerade rum. Und ich spinn hier auch gerade noch rum. So, was sind wir noch? Wieso liegt der Netterrak? Hä, wie läuft denn da der Back gerade bei mir übelst rum? Ja, bei mir auch. Mh, Feuer, gell? Hä? Was ist das? Da will ich doch gleich mal meine Klinge ziehen. Aber das wäre unklug. Mhm. So, ähm, ich hab noch den Weg zum Netterportal. Das war da hinten. Oh, ich brauch mal irgendwie... Ich muss da und essen. Die fangen jetzt immer so rum. Die haben doch eine neue KI hinzugefügt. Da ist noch, scheint noch irgendwas nicht zu stimmen. Ach, okay. Nein. Oh, ich dachte, ich fall gerade ins Feuer. Hä? Hier liegt auch noch Stein rum. Wie bist du? Ähm, ich bin nicht weit. Hier bin ich. Ach, da. Ich hab dich nicht gesehen. Die Viecher sind die ganze Zeit vor mir rumgebackt. Ah, hier ist der Gang, genau. Ah, okay. Ich bin hinter dir, ne? Soos. Alter, warum läufst du bei mir so schnell? Tja, ich wende dann einen kleinen Trick an, nämlich ganz oft Leertasse drücken. Da läuft man richtig schnell in so einem Zweiergang. Ah. Hab mich schon gewundert, warum du hier bei mir so übelstrummbachst. No. So, jetzt hab ich's angezündet. Mal sehen, was dahinter ist. So. Und wo kommst du raus? Jo, bei mir lädt's gerade. Äh, wir sind auf jeden Fall weiter weg, wo wir noch nicht waren. Bei mir schwimmt das Bild noch rum. Ja. Ah, da stimmt wieder beim Server irgendwas, nicht bei den Netterportalen, wie schon mal. Also, Gravel haben wir hier schon mal. Ja, das... Ähm, da muss ich mal gucken. Ja, hier ist doch eine neue Region. Ich guck mal wegen Koordinaten. 8.000... 8.000... Nee. Nee, X sind wir sogar noch bei Koordinate 0. Y79 und Z2300. Auch nicht schlecht. Mhm. Und da kann ich jetzt gleich mal hier das Granit mitnehmen. Geil. Haben jetzt die neuen Blöcke. Aber ich brauch noch mal eine andere Spitzhacke, weil die hat noch Glück mit drauf. Und die will ich nicht verschwenden für sowas. Andesid hab ich. Und Diorit und... Was ist das hier? Ähm... Warte mal. Ey, sagst du Bescheid und dann kommst du trotzdem rein. Hm. Hm. So. Wo hast du das hier noch? Gestein. Ähm. Ach nee, Diorit. Hm? Diorit, ne. Und wozu braucht man jetzt das ganze neue Zeug? Um, äh, neue Häuser zu bauen. Also, neues Baumaterial, weil ich wusste vorher immer nicht, woraus ich bauen soll. Und das hier bietet sich dafür einfach nur an. Okay. Zum Beispiel auch das Andesid, das kann man so als Steinsiegel-Alternative nehmen. Okay. Okay. Muss ich dann nochmal ein neues Textgepac holen? Für die 1.8. Hm. Für die ganz neuen Blöcke, sonst sind die ja noch nicht da, ne? Nee. Die sind ja noch mit diesen alten... ...Texturen. Hm. Oh, hier sieht's nicht schlecht aus, mit dem ganzen Kies und so. Mhm. Hübsche Gegend. Na. Das haben sie eine 1.7 auch geändert. Bei dem Biom-Update. Ja. Na. Alter, von was wäre ich denn jetzt angeht? Huch, Maus hängt wieder. Ja, das liegt daran, dass man nur eine Funkmaus hat. Hm. Keine aus Kabel, mit Kabel. Boah, steckt aber teilweise noch ganz schön rum, ne? Hm, wegen Render-Distanz wahrscheinlich. Hm. Geil, geil. Manchmal muss ich hier so einen Block zweimal abbauen, weil der dann wieder aufblinkt. Hm. Das nervt immer bei der Effizienz-Spitzhacke. Ja. Hm. Hm. Ich erkunde gerade mal so ein bisschen die Gegend. Na. Und, naja, wenn die jetzt essen wollen, dann würde ich sagen, machen wir erstmal die eine Folge voll. Wie weit haben wir jetzt schon, nicht weiter. Hm. Na, wir haben circa... Aber ich weiß nicht. Also, Anrufdauer ist jetzt bei 20 Minuten, aber... Ich weiß nicht, äh, wie viel wir vorher schon an Testaufnahmen und so gemacht haben. Ah, okay. Ah, Mensch, das nervt mich gerade so ein bisschen. Hm. Da geht man extra hin, sagt Bescheid, dass man gerade keine Zeit hat und dann kommen sie trotzdem rein und stören wieder. Ach, ja. Ja, war ja bei mir auch so, deswegen konnte ich vorhin auch noch nicht anfangen. Ah, okay. Oder wir gehen nochmal zurück und machen dann nachher nochmal. Hm. Wir können ja einfach hier bleiben und dann weitermachen. Hm. Gut, kann man auch. Und hier schwebt ein Tee in der Luft. Ein Tee? Ja, falsch rum. So generiert. Sieht geil aus. Man kann ein Screenshot machen. Ja. Irgendwie, wie man zum Besten sieht. Man kann jetzt auch Screenshots einfach machen, indem man hier dieses, äh, Zeichen neben dem Y drückt. Also diese eckige Klammer da. Ach, hier. Cool. Ne, mit F2 geht's auch noch. Ah, das ist ein bisschen nervig, wenn man auf Schildern schreibt, vor allem bei Truhen. Wenn man dann immer so die Pfeile macht. Hm. Macht Screenshots, ja. Hm. Hm. Das ist nicht so geil. Ne. Die machen dann manchmal nur Scheiße da rein. Ich weiß nicht warum. Hätten sie lieber mal hier oben neben dem Fragezeichen das gemacht. Das braucht eh keiner. Ja. Stimmt, das. Ja. Das Apostroph. Hm. Hm. Das braucht keiner. Ach. Und bei Battlefield ist es ja so ähnlich. Da haben sie das Circumflex hier, dieses, ähm, hochgestellte, wo das Grat mit drauf ist. Hm. Hm. Das haben sie da für die Command-Leiste genommen. Hm. Und wenn da mal abrutscht von der 1 für den Waffenslot 1. Ja. Auf das Ding, da ist die Konsole offen. Hm. Hm. Und dann kannst du nicht mehr weiterzocken und den verreckst dann einfach. Hm. Weil es dann keine Befehle mehr von der Tastatur weiter annimmt. Hm. Das ist Scheiße. Hm. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier auch mal kurz nen Cut machen, hm? Ja. Ja, sonst gibt's noch Ähren, dann wird das heute überhaupt nichts mehr. Ja, ich entschuldige mich natürlich dafür. Okay. Nö, kein Ding. Äh. Hm. Okay. Gut. Dann bleib ich hier stehen und komm dann nachher wieder zu dir. Ja. Weil ich mich verlaufen. Gut. Tschüss. Jetzt gleich. Tschüss.